Musik Hallöchen meine Lieben, nach einer kurzen Pause bin ich wieder zurück. Ihr wisst ja, Hochzeitsstress, dies und das, die ganzen Vorbereitungen, es war echt eine Menge los. Aber zurück zum Thema, heute stelle ich euch meine zwei neuen süßen Mitbewohner vor. Und auch dieses Mal muss ich mich ganz herzlich an das Rodipad Team bedanken für die ganz tollen Dinge, die sie uns zugeschickt haben. Seid also gespannt auf die zwei neuen Mitbewohner, ein Unboxing-Paket von Rodipad und eine Gehegeeinrichtung für die beiden. Die Infos zu den Artikeln schreibe ich euch natürlich wieder in die Infobox. Viel Spaß beim Zuschauen. So, und nun darf ich euch vorstellen, meine beiden Campbell-Jungs Giotto in Creme und in Weiß Raffaello. Die beiden Jungs gehören zu den Campbells, sind daher für eine Gruppenhaltung geeignet, sind sehr soziale Tiere und blühen in einer Gruppenhaltung auf. Jedoch werde ich trotzdem darauf achten, dass die beiden sich auch wirklich verstehen. Ist dies nicht der Fall, muss ich sie natürlich trennen. Möchtet ihr mehr über die Campbells erfahren, schreibt es mir doch einfach in den Kommentaren und ich werde mal schauen, was ich euch Schönes zusammenstellen kann. Und nun schauen wir mal in das Paket, was uns Rodipad geschickt hat. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.